Musik Einer der genialsten Zusagen der Bibel für Situationen, der Bedrängnis, der Schwierigkeiten, der Not, ist Psalm 91. Dieser Psalm ist einfach genial. Er ist absolut stark, wenn wir bedrängt sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir den Eindruck haben, dass irgendetwas uns überwältigen könnte. Dieser Psalm hat schon zahllosen Menschen Trost, Hilfe, Richtung, Stärke gegeben und die richtigen Blickwinkel. Den richtigen Vision. Es ist absolut gut, sich mit diesem Psalm zu beschäftigen. Es ist gut, ihn auswendig zu lernen. Es ist gut, ihn auch in der Ich-Form auszusprechen. Also ihn zu lesen und für sich persönlich direkt umzusetzen. Da heißt es, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Und dann in Vers 5 kommt eine absolut geniale Zusage. Das sind Dinge, die uns erschrecken und die uns bedrängen und die auch umfassend sind Tag und Nacht und ein Pfeil, der kommt irgendwo so aus dem Nichts herangeflogen, Seuche. Aber weißt du was? Die Zusage hier ist, du fürchtest dich nicht davor. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht. Was ist dein persönlicher Schrecken der Nacht? Was ist das, was dir nachts den Schlaf raubt, dich bedrängt, dich attackiert? Finanzielle Sorgen? Sorge um einen Verwandten, ein Kind, vielleicht deine Eltern? Krankheitsnöte? Welche Form von Bedrängnis geht dir so nahe in der Nacht, dass sie dich erschrecken will? Weißt du, als Kind Gottes gilt diese Aussage für dich, du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht. Vor dem, was dich erschrecken will, da fürchtest du dich erst gar nicht. Weil du weißt, dass du in der Hand des Herrn geboren bist. Eigentlich musst du es so sehen, das, was dich erschrecken will, das ist etwas, dem du Angst einjagst. Der Schrecken der Nacht hat Schrecken vor dir, hat Angst vor dir. Das ist die richtige Blickwinkel, wie wir eigentlich sehen sollten. Er fürchtet sich vor dir. Warum? Weil du Licht bist, weil in dir der Herr wohnt, weil in dir der Heilige Geist ist, wenn du ein Kind Gottes bist. Und die Finsternis fürchtet nichts mehr als das Licht. Der Schrecken der Nacht, was immer es sein mag, hat Angst vor dir. Wenn du im Herrn bist und wenn du mit Jesus klar vorwärts gehst, das ist ein Blickwinkel, den ich dir einfach zusprechen möchte. Das ist die Richtung, in der du denken solltest und in der du diesen Psalm auch lesen kannst. Wenn es da beispielsweise heißt, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Ich lade dich ein, dich mit diesem Psalm zu beschäftigen, wenn du den Eindruck hast, dass etwas dich erschrecken will, die Angst einjagen will, dich bedrängen will. Und du wirst sehen, dass dieser Psalm dir die richtigen Blickwinkel gibt, dich in die richtige Richtung schauen lässt. Und du wirst sehen, Gott hat viel, viel mehr für dich. Und du wirst sehen, Gott hat viel, viel mehr für dich.